Es war erstunken und erlogen, dass ich hier einen halben Punkt rüberkomme. Es geht weiter, Tina. Wie viel steht? 1-0 für dich. Mit B'schiss. Diesmal darfst du nicht mehr den Rechtsempfehler zweimal nehmen. Du mit Anna, L und Wiederholungen werden eigentlich hin vorne. Hast du auch zu als Einzige Hilfe angewiesen? Ja, nein. Einfach, dass du mal fair spielst. Super G. Das ist ein bisschen der Vorteil. Deine Disziplin war. Also, jetzt bist du dran mit dem Buchstaben. Kannst du es runterziehen? Ja, nur bis zum J. Dann nehmen wir J. Das ist gut. A. Stopp. H. H. Weisst du etwas? Äh ... Nein. Nein. Ah, meine französische Lehrerin wird mir ... So irgendwie. Nein. Ähm ... Keine, das gibt es sicher. Gibt es beim zweiten etwas? Hast du bei meines etwas? Nein. Oh, eine habe ich noch. Stopp! Stopp! Ja, ich musste fertig schreiben. Hä? Hat sie eine? Nein, nein. Aber komm, ich war mit Super G. Also, könntest du mir die Hälfte von der 5G? Nein. Wer hast du denn? Äh ... Hermann Mayer. Ja, mit dem Vornamen. Wir suchen den Nachnamen. Ja, das steht nicht. Also, ein kleiner Bonus für mich, oder? Ja, und für mich auch. Ehe, schau mal, was sonst noch ist. Ehe, was sonst noch ist. Welcher Aussage gesorgt habe ich nicht? Nein, auch nicht. Skiausrüstung? Helm. Händchen? Abbrüschiggetränke? Ja, hol dir auch. Ah, Ivo! Klassiker. Und da habe ich was ganz fancy. Was hast du? Was heißt das? Oh, du ... Hier ... hier ... Es ist falsch geschrieben. Das klingt doch französisch. Hier ... Ein Fluss in Frankreich. Ah, schau jetzt! So ein Müll. Sogar noch einzigartig in Luzern. Du hast nur pures Glück gehabt. Also, ich habe es bis jetzt geliefert 20. Ja, ich habe. Und da haben wir beide halt ... Zeit. Beide haben nicht ganz genau die Aufgabe für. Der Hermann hat eine Medaille gemacht. Ja, aber man muss den Nachnamen. Dann machen wir Scherenstein. Auf eins. Schere, Schere, Papier. Nein! Nein! Eins, eins. Sie macht Schere. Sie macht Schere. So ist es. Eins, eins. Bis zum nächsten Mal.